Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik, im Internet zu finden auf klemmbaustein-lyrik.de und abrufbar über 1000steine.de. Mein Name ist Kaulius und ich stelle hier regelmäßig Sets, und zwar aktuelle Sets von Lego vor. Und dazu gehört ja in den letzten Folgen schon sehr oft die The Lego Movie Reihe, der was auch damit zu tun hat, dass mir diese Sets dankenswerterweise von Lego bzw. auch über 1000steine.de zur Verfügung gestellt wurden. Nochmals vielen Dank und deswegen kommen wir auch in den Genuss Eisenbarth-Duell mal etwas genauer anzugucken. Das ist nämlich das Set, was ich hier gerade, wie immer, sehr liebevoll aus der Packung schäle. 412 Teile sind's, wenn man's bezahlen muss, dann muss man dafür knapp 35 Euro ausgeben und erschienen das Ganze natürlich 2012, passend zum Kinofilm, der bei uns am 10.04. dann ja auch anlaufen wird. Anleitung ist auch noch dabei, wie praktisch muss man sich nix ausdenken beim Zusammensteigen. Und das, was wir dann bekommen, wenn wir es zusammenbauen, das ist sozusagen das, was nämlich unser guter Eisenbart seines Zeichens wohl sowas wie ein Seebär eben noch so gemacht hat aus der Situation, dass Lord Business ihm nämlich seine Gliedmaßen irgendwie abhanden hat kommen lassen. Deswegen hat er sich aus allem Möglichen, was er wohl so irgendwie gefunden hat, insbesondere aus einem Schiffswrack, einen Rest seines Körpers gebaut. Da oben sehen wir ihn nämlich schon. Doch gucken wir uns erstmal die Minifiguren an, wo noch alle Gliedmaßen dran sind. Zum Beispiel hier, das ist einer von den Bösen, nämlich der sogenannte SWAT-Roboter. Man sieht schon, er ist ein Roboter und er ist auch sowas wie ein Polizist und zwar einer, der alles Mögliche irgendwie am Körper hat. Sogar da unten sieht man, dass er dann Gürtel hat und hinten hat er ein entsprechendes Mikrofon wohl oder so ein Funkgerät. Und wir sehen auch an seinem Gesicht, das ist wirklich ein Roboter mit Visier und auch mit noch einem Schutzhelm. So, dann noch was Böses, nämlich dieses hier. Der Herr hier ist Skeletron. Seines Zeichens wohl auch ein Roboter, allerdings einer, der ein bisschen wenig gegessen hat beziehungsweise da hat man ein bisschen am Metall gespart. Der Unterteil ist ein Skelett, kennen wir ja auch schon aus anderen Sets von Lego. Und da hat man dann eben noch einen entsprechenden Roboter-Kopf draufgepackt. Und einen Menschen haben wir auch noch, nämlich den hier, der mit einem entsprechenden, ja, wuchernden Oberteil eines Hemdes. Das ist nämlich der Vormann Frank. Frank hat also durchaus eine Bauarbeitermontur an. Auch da sieht man überall Taschen, da kann man immer was rausholen. Und er hat natürlich einen Schutzhelm. Und er hat auch, das ist natürlich auch nicht schlecht, einen Bart. Und er lächelt. Und das, obwohl nämlich der Kampf tobt. Nämlich unter anderem mit dem hier. Das ist nämlich mal wieder einer. Und den haben wir ja schon in den anderen Sets auch erlebt. Nämlich einen Micromanager. Sie werden immer größer in den Sets. Und das ist bisher der größte in den Sets, die ich vorgestellt habe. Also irgendwie was Böses mit Klauen dran, sozusagen. Und wie wir es schon an dem Set als solches erkennen. Man hat das Gefühl, das ist eher so was wie Godzilla gegen King Kong, was hier dann abläuft. Zumindest ist der hier auf jeden Fall der unfreundlichste von den beiden. Hier sieht man unten auch noch so ein paar Klauen an den Füßen. Die können wir auch alle entsprechend verstellen. Je nachdem, wie wir gerade lustig sind, können wir ihn ein bisschen hinsetzen. Das sieht besonders putzig aus. Oder wir können ihn auch in die Liege- und Schwimmposition bringen. Das sehen wir hier. Auch herzallerliebst. Sicherlich der Star in jedem Kinderbecken. Traumhaft. So, jetzt bauen wir ihn erstmal wieder zurück. Weil er hat nämlich noch eine Besonderheit, um nicht sogar zu sagen zwei, wenn man richtig zählt, drei. Erstmal nämlich zwei Raketen. Die können wir ausklappen hier an den Seiten. Wie sie es ja gehört beim Lego-Sets, wo Böse dabei sind. Die haben immer noch mal so eine Rakete irgendwo dabei. Und die kann man ja, wenn man möchte, mit so ein bisschen Druck dann hinten dran. Während wir hier nochmal sehen, dass auch die Beine angewinkelt werden können, wenn man es möchte. Da drücken und dann fällt das Teil auch tatsächlich nach vorne. Können wir hier auch sehen. Zack, da geht es dann ab. Und das war ja noch nicht alles. Sondern wir können auch noch oben sein Verdeck aufmachen. Ach, schau. Und wenn wir wollen, können wir da was Böses reinsetzen. Nämlich zum Beispiel unseren SWAT-Roboter. Natürlich möglichst ohne Waffe. Sonst wird es zu eng. So, können wir ihn reinsetzen. Machen wir den Deckel wieder zu. Und dann haben wir einen Micromanager mit SWAT-Roboter drin. Sehen wir noch nicht mal von außen, dass er drin ist. Perfekte Tarnung, sag ich mal. Jo, so, wieder drauf. Da ist er weg. So sieht es aus. Aber das Highlight ist natürlich eher hier. Das ist Eisenbart. Und Eisenbart hat es eben geschafft, tatsächlich aus allen möglichen Kleinteilen von seinem Schiff, was wirklich Interessantes zu bauen. Und hier gibt es überall was zu entdecken. Nicht nur Eisenbart selber. Hier mit seiner Augenklappe. Der dann hier noch so mit so ein paar Benzeln angemontiert ist. Nein, er hat hier zum Beispiel auch noch so eine Schraube, die gedreht werden kann. Da ist so ein Zahnrad. Dann haben wir hier noch ein entsprechendes Steuerrad. Und wir haben Raketen, beziehungsweise hier so Kanonen dran. Und da haben wir, wenn man mal genau hinsieht, zum Beispiel noch Kaminrauch, das Weiße. Und auch sein Papagei, der möge bitte ich beschützt werden. Das Ganze da oben ist allerdings ein bisschen filigran. Also das rutscht auch gerne mal rum. Also auch die beiden Flacken muss man da erstmal so ein bisschen fixieren. Das habe ich in der Anleitung nicht ganz so hinbekommen. Aber ansonsten sieht es nett aus. Er hat sich auch gleich nochmal aus dem Meer, weil es gerade wahrscheinlich im Angebot war, noch einen entsprechenden Hai mitgenommen. Und er hat auch so ein paar Klauen und ein Fernglas zum Beispiel. Also man sieht, überall gibt es hier was zu entdecken. Das gilt übrigens auch für sein Großset. Es gibt ja auch noch sein großes Fischschiff, das er gebaut hat aus irgendwelchen Resten. Eisenbart Seekuh, das kostet aber längst 250 Euro, das Set. Also da ist dann schon ein bisschen mehr Geld zu zahlen. Hier können wir auch mal reingucken, was hat Eisenbart denn so unten drunter. Und wir sehen, er hat da eine Wurst und einen Knochen drin. Ja, was es auch immer damit auf sich hat. Und ein Schloss davor, sehen wir da oben. Dann können wir noch ein bisschen weiter gucken. Das war ja noch nicht alles. Hier haben wir zum Beispiel noch so ein Rad, an dem wir drehen können. Wir können die Beine auch so ein bisschen bewegen. Da sehen wir natürlich auch, da sind noch so ein Fass, das er da verwendet hat. Hier kann sie auch was drehen. Da haben wir noch einen Anker, schön dran gehängt. An dem Fuß hier, da sehen wir zum Beispiel, da ist noch so eine kleine Pistole dran. Ein Fernglas. Herz aller Liebst, was da alles zu entdecken ist. Auch hinten ein riesiges Schwert, das wir ziehen können, um damit gegen unseren Gegner vorzugehen. Hier noch ein bisschen verhängt. Aber wir können zum Beispiel dieses Steuerrad dann auch runterklappen. Dann ist auch dieses Schwert so, dass es jederzeit gezogen werden kann. Ja, so wackelt es eben alles zusammen. Da sehen wir schon, hat es den Papageien umgehauen vor Schreck. Aber wir können ja wieder hindrehen. Das ist nichts, was glaube ich für die Ewigkeit gebaut ist. Aber gucken wir uns noch mal ein bisschen gleich die Kanonen an. Während wir hier unten nochmal sehen, dass auch die Füße bewegt werden können. Er steht auch tatsächlich dann erstaunlicherweise, obwohl er ja auf der einen Seite nur noch so einen Stumpf hat. Das gehört sich ja auch für so einen echten Seefahrer, dass das dann so entsprechend gebaut ist. Also Herz aller Liebst, das Ganze, um nicht zu sagen sehr fantasievoll. Und wenn wir wollen, können wir damit auch noch Angst und Schrecken verbreiten. Nämlich diese Kanonen, die sind genauso gebaut wie im letzten Set, das ich hier vorgestellt habe. Da können wir also hier unten, sehen wir sie schon, die Teile dann reintun. Können wir noch mal ein bisschen dran wackeln. Sie noch ein bisschen ausrichten. So, genau. Und dann, ja, bitte nicht auf uns selber zielen. Aber für das Fernsehen machen wir alles. So, den da reinstecken. Nicht nachmachen, liebe Kinder. Sonst gibt es böse Aua. Genau. So, siehst du, das machen wir nicht so. So nicht. Sondern wir machen noch mal einen rein und drehen ihn dann weg. Und dann ist es natürlich blöd, wenn man das Ganze dann nach unten hält, weil dann fällt immer alles raus. Habe ich ein paar Mal versucht. Habe festgestellt, die Schwerkraft funktioniert auch bei mir zu Hause. Da sehen wir uns auch, wie dieses Rad da runter gemacht werden kann, wenn man es möchte. Und jetzt machen wir es noch mal richtig. Vorne rein. Und das Ganze jetzt so mit einer Hand ist ein bisschen doof. Ja, siehst du, so macht man es dann nicht. Da muss ich zumindest nicht lang suchen. So, nehmen wir den noch mal. Und jetzt bei dem funktioniert es auch. Ich verspreche es, wenn auch eben nur so halb, weil man braucht eben eigentlich beide Hände. Ja, Angst und Schrecken sieht anders aus. Aber die haben schon ganz gut Wum. Also wenn man sie wirklich richtig festhält und dann dran zieht, dann haben die durchaus Schmackes dahinter. Hier sehen wir noch mal das Schwert, das er ziehen kann. Also eine sehr interessante Figur. Und man merkt auch und sieht ja in dem Größenvergleich mit meiner Hand, da ist ordentlich auch durchaus von der Größe was, was man dann da hat. Und wenn man möchte, kann man hier auch den guten Skeletron, wie er glaube ich heißt, dann in das Maul unseres Heiß packen. War zumindest auf der Verpackung auch so angegeben. Sollten wir mal machen. Ja, ist ja auch ein Böser. Der darf dann auch gefressen werden. Wenn man sich die Anleitung anguckt, beziehungsweise das Ganze baut, gibt es da wenig Überraschungen. Wenn das, ja, ich sag mal so 45 Minuten wieder, braucht man hier für diese etwas über 400 Teile, dann hat man hier eben die beiden Kontrahenten, unseren bösen, bösen Micromanager und den guten, guten Eisenbart, der uns das Böse vom Leibe dann halten kann. Ja, das war's. So sieht's aus. Ein schönes Set. Ob es einem dann 35 Euro wert ist, muss jeder natürlich für sich wieder selber entscheiden. Aber es gehört auf jeden Fall auch wieder, finde ich, zu den netteren Sets aus dieser Serie, um nicht zu sagen, dieser Eisenbart, den finde ich schon irgendwie cool. Also da kann man länger gucken und entdeckt immer noch was Neues, wenn man es nicht selber gebaut hat. Okay, dann hat man es im Zweifel schon mal gesehen. Aber es ist auf jeden Fall nett anzusehen. Und das war dann auch die Folge von heute wieder. Wir freuen uns weiterhin auf den Film. 10. April ist es soweit. Und bis dahin, nein, bis in wenigen Tagen ja schon. Wir haben ja noch ein paar Lego Movie Sets, die wir abarbeiten dürfen. Dann gibt's die nächste Folge hier auf kleinenbausteinlyrik.de und bei tausendsteine.de. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Euer und ihr Kaulius. Und tschüss.